Willkommen bei Mexico Anleitungen und Tutorials. Heute zeige ich dir, wie man an seinem iRobot Roomba Staubsauger den Akku selbst austauschen kann. Es handelt sich hier um das Modell 581 von iRobot, aber es funktioniert mit allen anderen Modellen der 500er und auch mit der 600er und 700er Serie ganz genauso. Weil die sehr ähnlich sind mit anderen Modellen, da kann es ein bisschen abweichen, aber ich denke es sollte auch sehr ähnlich funktionieren. Man muss hier diese Schrauben lösen, diese silbernen. Nach diesen vier Schrauben muss man dann auch noch hier vorn diese Seitenbürste abschrauben, sonst geht es nicht. Ich mache das mit einem ganz normalen Kreuzschraubenzieher, mit einem etwas kleineren. Das siehst du ja, wie das passt. Die Schrauben müssen hier nicht ganz raus, nur bei der Seitenbürste. Die hier können drin bleiben, die haben so einen kleinen Schutz, dass sie nicht rausfallen. Und dann kann man diesen Deckel hier einfach so abnehmen. Ja, und da sieht man es jetzt auch schon. Hier ist der Original Akku drin und den kann man jetzt einfach so nach oben rausnehmen. Der ist nicht irgendwie festgemacht oder so. Der ist ziemlich schwer und diese zwei Kontakte liegen hier unten auf. Und dann habe ich hier einen nicht originalen Akku. Weiß ich aber aus Erfahrung, dass der trotzdem sehr gut funktioniert. Kostet in etwa die Hälfte. Link zum Kauf bei Amazon habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt hat er schon gepiepst, er hat schon gemerkt, jetzt ist wieder Saft da. Ich habe den auch schon sehr viele Jahre den Sauger und leistet treue Dienste. Nur der Akku und die Bürsten müssen ab und zu mal getauscht werden. Ja, und jetzt kann man hier noch ein bisschen sauber machen, wenn man eh schon offen hat. Und dann wird einfach noch der Deckel wieder drauf gelegt. Und dann kann man erstmal diese vier silbernen Schrauben festschrauben. Auch immer ringsrum prüfen, ob das überall schön schließt. Ja, und dann kommt die Bürste wieder drauf. Die kann man ja bei Bedarf auch gleich mit austauschen. Gibt es übrigens auch günstig von Drittanbietern. Muss man nicht unbedingt die originalen nehmen. Schön festschrauben, aber daran denken, nach fest kommt ab. Ja, und das war es schon. Jetzt ist der Akku drin. Und jetzt kann man zum Laden anstecken bzw. auf die Station legen und dann ist er wieder voll einsatzbereit. In der Videobeschreibung findest du eine Playlist mit weiteren Videos zum Roomba von iRobot. Solltest du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Keine Angst, das kostet nichts. Das bedeutet nur, dass du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Und hier findest du mich im Web, bei Twitter und bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials.